Ich zog meine Fuhre, trotz meiner Schwäche, ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, oh je, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. Zehn Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Kaum war ich dann nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon. Da stützten aus den Häusern schon unrege Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher wie Leute. Sie brachten mir Säcke gegen die Fliegen, doch schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Menschen gekommen sein, wer schlägt da so auf sie ein, dass sie so durch und durch erkaltet, so hält ihnen doch. und tut das Entwälde, sonst passiert euch etwas, das ihr nicht für möglich haltet.